Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Scooby Doo! Mit mir, dem Sito! Ja, schreck! Wir waren am Science Fiction Set! Zum Letzt! Dann wollen wir das mal weitermachen Wo wir Ausmisch, Alter! Aufgaben haben Gehen wir mal durch die Tür Äh Falte Tür Öffnen Öffnen Hm, da kommen wir her Bleibt nur noch diese Tür Richtig geraten So, das ist der schöne Ladebalken Und weiter geht's Nein! Ein Friedhof! Keine Sache, Scoob! Das ist nur eine Filmkulisse! Ja, das ist wirklich nur eine Filmkulisse Äh Blubb Also kein Grund zur Panik Scoob und Shaggy AHHHHH Und wegen Filmkulisse Ein Hinweis! Ich würde nur sagen, fangen wir hier erstmal ein paar Monster So bevor wir hier weitermachen Schreck Ja komm schon! Und wir haben ihn! Geisterchen AHHHHH 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 Hatten Hatten Schön außen rumlaufen Scoobies! Snackies! So So Sind voll Jetzt würde ich sagen, kommen wir in Ruhe weiter Obwohl Klettern Den Hinweis nehmen wir mit Shaggy Ein Hinweis Und speichern nochmal ab Man weiß ja nie Speichern erfolgreich Entweder das oder es ist eine Requisite Mist Habt ihr zufällig einen Schlüssel gesehen? Shaggy und Scooby? Ich wusste da war noch was 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 Scoob! Blup! Oh Shaggy! Wo bist du? Ich bin ein Hundert Typ. Hier fliege ich meist an der Tür! Da du? Okay Irgendwie... Shaggy! Wo bist du? Ich bin ein Hundert Typ. Hier fliege ich meist an der Tür! Shaggy! Was hat denn so lange gedauert? Die Szene musste wiederholt werden. Der Sprechen hat so lange gedauert. Shaggy. Überall die Kronleuchter. Abbremsen. Äh. Hier runter. Scooby Snaggies. Ist da hinten was? Oh. Schreck. Da ist ein Schalter. Guck mal Scooby. Da ist eine Treppe nach unten. Öffnen wir die mal. Hey. Das ist so eine Art Elektrikraum. Das da drüben klingt wie ein fieser Schlag. Okay, ich speichern einfach vorher immer ab. Da spielen wir hier eigentlich was für Kronk. Sehr viel abspeichern. Autsch. Irgendwo war hier doch noch eine... Ah, Poltergeister. Achtung. So. Fangen wir lieber die Poltergeister mal ein. Laufen wir. Mist. Um hier rauszukommen, brauchen wir alle Poltergeister. Ja. Äh. Oh. 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 Jacky, guck. Noch ein Hinweis. Ich auch. Boah. Komm schon. Ah. Scooby Snacky. Wir. Weil wir haben ihn. Schreck. So. Einer noch. Da. Scooby Snackys. Yo. Damit. Haben wir die Kohle gestern eingefangen. Oder auch nicht. So. Jetzt haben wir's. Portugaster sind eingefangen. Juhu. So. So. Jetzt haben wir's. Das heißt wir können jetzt hier raus spazieren. Scooby. 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 Achtung meine Güte. Der rote Ritter Scooby Doo. Weg hier. Das muss man aus Böschel zu kurz sind. Schafs. Wie. Einzeln. Mich dann. Äh. Rennen. Aha. Boah. Sieben. Sechs. Das war knapp. Das war knapp. Boah. Boah. Ja. Wir trachten. Bohr. Lowen. wenn es uns nicht zuerst erwischt ja ja da hat's Schengi vollkommen recht wenn es uns nicht zuerst erwischt Och nee, diese Stelle schon wieder Ach man, die ist sowas von schwer Ok, was machen wir jetzt? Klasse, das ist ein Hinweis Was ist ein Hinweis? Lagen, Lagen Ah, Mumien Vorher mal abspeichern Man weiß ja nie Das hier ist auch mobil hier rumlaufen Ach Ab da rüber Ja Ok, jetzt muss ich gucken Ich hab echt Angst Ah, ha, ha, ha Ok Einen Schalterer Bumm Oh 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 Schreck Und wir haben noch nicht den Zettel dafür Also abschnell mal rüber wieder Und Und damit sind knapp 15 Minuten rum Ich sag tschüss, bis zur nächsten Folge Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal